Hier seht ihr das Sankt-Wilch-Hotel mit einem grandiosen Ausblick, ganz, ganz toll gemacht. Nebendron ist es W-Hotel, in Silvestrin sind es drei Hotels zusammengebaut. Und gestern war der Schalch da und hat hier die Einführung gemacht. Hier sehen Sie das neue Sankt-Wilch-Hotel, ein Luxus-Hotel der Oberklasse. Nicht so viele Betten, aber ein Traum. Hier sehen Sie die Rezeption, die Halle. Es ist alles ganz, ganz um Höls eingerichtet. Und gestern war der Schalk selber hier und war die Eröffnungsparty gestern Abend hier. Ein Traum. Ich bin der Hubert. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit unseren Videos. Wir werden euch noch mehr von Dubai zeigen. Heute Abend fahren wir in die Wüste. Das wird sehr aufregend. Und wünsche euch viel Spaß und liebe Grüße, euer Hubert und Matthias. Und denkt dran, Hubert-Feller-Fan-Seite und Matthias-Feller-Fan-Seite anklicken, da wir leider keine neuen mehr annehmen können, da wir leider schon bei 5000 sind. Viel Spaß und Tschüss! 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 Schuss! Und hier das leckere Buffet, ein bisschen Lachs. Hier seht ihr unseren Jada-Arm, alles schön in weiß gedeckt. Im Jux-Betal, das hat der Matthias gewonnen. Das sehen wir nächstes Jahr auch eine Woche. Mit Blick auf die Skyline, ein Raum, sage ich euch hier. Wir schauen direkt auf die Skyline von Dubai. Und hier ist heute Abend dann auch unsere Poolparty. Und hier sind wir im Jux, in der Klop. Und hier ist jeder dann unser Rondel. Da verbringen wir dann nächstes Jahr im September dann eine Woche. Direkt auf der Pange.